Ich bin Schepne. Und ich bin Fiola. Und wir spielen bei den ersten Frauen des HSV. Und wir tippen jetzt den 22. Spieltag für unsere Saison. Also bei Imbeck gegen Wolfsburg tippen wir 5-0 für Wolfsburg. Wir spielen gegen Eute und gewinnen 2-0. Beim Spiel Bergedorf gegen Werder Bremen tippen wir 2-0 für Werder Bremen. SV Allerstedt-Ottenhof spielt gegen TSV Havelsee und Havelsee gewinnt 3-0. Und das vorletzte Spiel ist Burgredsch gegen Bramfeld und wir tippen, dass Bramfeld 1-0 verliert. Und das letzte Spiel Delmhorst gegen Wüstingen-Altmoor gewinnt Wüstingen mit 1-0.